Herzlich Willkommen zurück, hier bei einer neuen Folge Eastern Origins Wolverine. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Yes, I see how strong you really are. Wie kommen wir denn jetzt dahin, um mir zu zeigen, wie strong wir really are? Ähm, so, okay. Nein, eine Leiter! Oh Gott! Oh! Hehehe Ist ja auch okay. Ähm, Unsichtbare, die kann ich besonders gut bleiben. Schubs! Oh! Zellteile! Ups! So! Hehehehe! Ach, wieso? Man kann sich das auch einfacher machen, ne? Oh! Was? Lebt da noch einer? Oh! Wo ist der Penner? Ist der da oben? Komm schon! So! Oh! Ich hab 12 Punkte! Was heißt das? Es ist Klingenzeit! Klingenzeit! Klauenzeit! Klauenzeit! Klauen! Annehmen! Annehmen! Natürlich! Ich würde aber auch merken, dass die richtig Bombe sind! Ja! Fliegen! Super! Ach, hier hat die auch einen stopfen können, ne? Das war lustig letztendlich! So! Was gibt's hier noch? Muss ich hin? Muss ich lang? Muss ich da? Kranseil! Alles klar! Zack! Hoch diesmal! Muss ich da hin? Muss ich da hin? Ja! Oh! Schöne hängen jetzt auch! Schöne! Sehr genau! Schöne! Wow! Zack, wollen mich hier! Komm noch auf dich selbst erschießen! Komm noch auf dich selbst erschießen! Komm noch auf dich selbst erschießen! Sich selbst erschießen! Ja? Komm schon! Oh! Nein. Die machen fast gar keinen Schaden an uns eigentlich. Die sind nur daran, sie zu töten. Das ist alles, was sie mit ihren Gehantel da erreicht. Komm schon. Du hast gesehen, die hat nur noch zwei Messer am Gürtel. Hat vier Arme. Und was macht sie nicht, uns mit vier Messern angreifen? Gong. Und ja, so ist es halt. Man muss auch seine, so das, was man hat, ja, seine Fähigkeiten außen nutzen, um Erfolg zu haben. Und wenn man 300 Kilometall im Körper hat, dann muss man halt mal hochspielen, sich über die Leute fangen lassen. So einfach ist das. Tagung. Das gibt es noch gar nicht in die Schaden, wie ich meine, ne? Das sieht mir geil aus. Das ist jetzt ziemlich schwierig, damit zu zielen ist ein bisschen schwierig. Wuii. Was? Was? Ja, aber ruhig weiter. Oh, das wollte ich gar nicht. Was willst du denn da? Komm schon. Lass mich in deine Gedärme. Lass mich in den Darm. Wuii. Aber durchgesprungen. Lass mich in die Ecke hier und besorgst du dir richtig. Lass mich in die Ecke hier und besorgst du dir richtig. Das war ein Fehler, mein Freund. So, wieder lebt noch. Gut. Nehmen wir mal einer zu teilen, zufällig. Ja. Sehr gut. Da ist ein Betonbischer. Sie wissen alle, was das heißt. Betonbischerzeit. Komm, einer muss da rein. Das hilft nichts. Einer muss da rein. Geht doch. So, hier war noch einer. Oh, ist der weg? So. Zack. So was für ein Ratiofarm. Hehehe. Äh. Ja. Kopflos. Drieb nichts. Ist schön. So. Klopp. Der ist gerade. Ups. Tschüss. Glück ist er. Kann ich da was mit anstellen? Zufällig. Äh. Okay. Das ist nur ein Ansporn, dass wir da runter müssen. Wir müssen sein. Die müssen jetzt kaputt bauen. Ach, du Gott. Ja. Ja. Komm. Bam. Fängt direkt weiter. Geht nicht? Okay. Okay. Der ist endlich endlich hier. Ja. Ja, okay. Die haben gestückelt, oder? Ich glaube ja. zwei punkte hallo bock am bekopft jetzt dreht er sich natürlich wie zufällig genauso dass wir ihn gebrauchen können wie zufällig so ich muss sie daran schmeißen es ist doch unsichtbar drin nein wir nicht sie sind einfach zu nervig ich muss sie immer schnell ausschalten das gewissen nicht vereinbaren dann gehen wir für euch zu kämpfen gegen so einen zeiger die beiden hier auch mittlerweile käme ja nichts gegen schwieriger das ist nicht mein Kollege man muss auch ein bisschen Variationen anbringen in deinem gesicht trete ich dein Kumpel sollte dir nicht helfen denn er ist damit beschäftigt zu sterben ich muss da mal rein was ist denn los mit dir helft dir doch noch mal was da was so oh endlich mal wieder eine Leiche diese looten können dankeschön so bop, 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 da hoch oder ne von hier kommen wir darunter da ist ein Seil ah okay mehrere Seile da ist was zu runterrutschen leur ist im Ernst muss ich echt echt mich trauen dahin zu springen das sieht so weit aus schön feuer drunter waren dann so dreiviertelstunde lecker lecker ich probier's mal du hast das manöver du hast das manöver verloren jetzt ich habe das manöver verloren ihr habt alle gesehen scheiße mutter du bist nochmals Ja, ganz genau, wir dürfen ja einen Haufen, weil wir hacken, hier Ich muss schon mal kurz ein Prozess machen Ruben mal Erstmal eine über So, oh, getroffen! So, ich hab keinen Bock mehr, was ich angehen, komm, weg mit dir! So, und da hoch, ja! Tschüss, ich kann hier irgendwie alle wegschmeißen. So, schnell mal runter. Guck mal, ich kann sogar weitergehen, während die Anmulation gewährt. Schwupps, so, der ist weg. Hack, 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 hack! Ups! Haben die mir gerade geholfen, quasi? Dankeschön! Dafür verreckst du! Ganz krass da! So, die haben wir auch, die hier. Und zack! Ja, ist der Nase an der Wespenteile, ne? Da kann man, das ist wie so, weißt du, wie so eine perforierte Verpackung. Da kann man einfach die alte auseinanderreißen dann. Okay. Super. So, das ähm. Ähm. Äh. Das gerade den Anseil springen hat, also nicht geklappt. Und zwar gar nicht. Nein. Die Typen sind super nervig, aber wie tustest du das auch super nervig? Alles ist hier super nervig, ey. Komm. Komm. Komm, wenn man die auch alle 10 mal besiegen muss, du walt mal. Äh. Auf geht, ne? Äh. Komm. Komm. Endlich. Das ist leider denn. Ein Minutes Heiler. Ups. Zack. Tschüss. So. Die. Jetzt haben wir es gleich geschafft, ey. Komm. Komplett. Uah. Aua. Hahaha. Nice. So. Da wären wir wieder. Okay. Wie geht's denn jetzt tatsächlich weiter? Äh. Ähm. Nicht da lang. Das wissen wir. Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich geht's danach auf'n da aus. Darüber. Wir müssen aber erst da hinkommen. Da oben sieht gut aus. Hoch. Müssen wir hier hinauf? Ähm. Hier irgendwo? Ah. Bonjour. Monsieur Weg. Aha. Ich trau der Sache nicht. Aber ich glaube, diesmal ist es machbar. Ja. Das war immer die sicherste Art und Weise. Aber. Immerhin. Ja. War gar nicht so verkehrt mit den Seilen. Ob ich da. Gemutet hab. Boah. Das ist aber weit weg, ey. Ich werde nicht normal machen müssen. Schau mal nicht mehr. Oh. Oh Gott, ey. Schwitzige Hände ohne Ende jetzt. Schwitzige Hände ohne Ende. In diesem schönen Reim. Lass ich euch heim. Aus dieser Aufnahme. Hehe. Ja. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Jكli.